Untertitelung des ZDF, 2020 To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem. Mein Hahn! Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Heichtmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Das sind doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. Sie waren jüdische Liedern, und diese Liederschaft cooperierte mit den Nazis. Sie werden unsere Hände für das. In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hannah, Ahren, Spi, Saar, Defense of Eichmann. Sie denken deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Did you really have no idea there would be such a furious reaction? Trying to understand is not the same as forgiveness. Diesmal bist du zu weit gekommen. It is this phenomenon that I have called the banality of evil. Diesmal bist du zu weit gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020